Der neue König, muss ich Ihnen sagen, der sorgt direkt für eine ganz andere Stimmung in den Gemächern. Denn schon bei seiner ersten Unterschrift, ich will nicht sagen, dass er pampig war, aber er wirkte doch deutlich unzufrieden mit dem Arbeitsmaterial. Hat was von Loriot. Ich muss aber sagen, ich kann ihn sehr gut verstehen. Ich mag das auch nicht, wenn bei mir auf dem Schreibtisch nicht alles wirklich total korrekt ist. Wenn das... Oh. Ja gut, das ist natürlich auch... Haben wir da jemanden? Kannst du mal eben... Die Tasse steht zu weit hinten. Machst du ein bisschen nach vorne, bitte. So, und beim nächsten Mal einfach vorher dran denken, sonst... Wie lange habe ich meinen Job noch? Danke. Danke.